Dieser Hitz ist nur für Sie, Mr. Wick. Größe L gerade geschnitten, nicht wahr? Ja. Und so beginnt es. Fordere ihn zum Zweikampf heraus. Wenn Sie gewinnen, dann sind Sie frei. I'ma take what I want, so. Amen. Amen. Es die Baba Yaga. Ach, komm. Der einzige Weg, wie John Wick Freiheit finden kann oder Frieden ist durch den Tod. Ja, nicht wirklich. Hey, Mann! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! You got yourself a gun! Oh! Yeah! Oh, yeah! Vielen Dank.